Ben, 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 okay. Hey Leute, ich bin's Conny und heute spieh ich Ben. Und da oben ist er auch schon und hat grad einen Noob geklatscht. Ich sammel jetzt einfach mal ein paar Coins ein. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Oh, hier ist ein Schlüssel, den nehm ich mal mit. Ben, lass mich in Ruhe. Nein. Nein, Ben, lass mich in Ruhe. Warum lacht er so? Oh, da ist ein Wend. Ich kann wenden. Jetzt haben aber alle Coins ein. Ich brauch die Coins, um reich zu werden. Hier kann ich chargen. Was kann ich denn hier chargen? Ich weiß es nicht. Hi, Ben. Oh Gott, ich glaub Ben ist ein Spieler, oder? Der bewegt sich wie ein richtiger Spieler. Haha, ich hab den gedodged. Ich war schlauer als Ben. Das Spiel ist ganz neu rausgekommen. Jetzt, wo ich aufnehme, ist das Spiel ein paar Stunden alt. Und ich bin mir nicht hundert... Oh, ich kann immer nur einen Schlüssel auf einmal haben. Okay. Ich brauch einen roten oder einen gelben Schlüssel. Oh oh. Hammer, nehm ich mit. Da ist Ben. Oh oh. Drei, zwei, eins und jetzt. Haha, ausgewichen. Ich bin so schlau. Und das da unten ist zu? Wie? Warum ist das zu? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hier ist eine Knarre? Ist das eine Knarre? Das ist irgendwie Strom. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun muss. Ich muss erst mal... Oh Gott, nein. Ben, lass mich in Ruhe. Nein. Als ob... Ich bin Ben ausgewichen. Please. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Oh Gott, er sieht mich nicht. Okay. Okay, Leute. Okay, Ben kommt hier hoch. Nein. Nein. Oh Gott, ich hab festgesteckt. Ich hab festgesteckt. Ich hab festgesteckt. Ben, lass mich in Ruhe. Oh Gott, Ben, lass mich in Ruhe. Please. Wo ist das hier? Okay, hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. Oh Gott. Jetzt kann ich erst mal zur Ruhe kommen. Also... Das ist ein Taser. Okay, das ist ein Taser. Gut. Dann bin ich erst mal bewaffnet. Das ist gut. Also, Leute. Ben ist ein Spiel, das sah für mich erst mal sehr aus wie Piggy. Und ja, ich merke die Parallelen zu Piggy. Es ist neu rausgekommen. Ich hab's auf Twitter gesehen und dachte mir jetzt so... Okay. Ich hab eine elfprozentige Chance, Ben zu sein. Ich hab auch schon 20 Münzen. Okay, ich muss hier weiterkommen. Ich weiß aber nicht, wie man weiterkommt. Was steht hier, was man dafür braucht? Was brauche ich, um das zu unlocken? Wir versuchen es rauszufinden. Okay, okay, okay. Ich charge jetzt meinen Taser. Mein Taser ist gecharged. Hier unten liegt eine Karte. Something's wrong, but Ben still answers all questions. Ja, er beantwortet wirklich alle Fragen. Ben? Ich hab Ben getasert, aber... Okay, er bewegt... Oh Gott. Oh Gott. Es hat nichts gebracht. Ich dachte, das bringt was. Please, nein! Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Okay. Ben? Ja, ich weiß, Ben. Ich will nicht mehr, Leute. Ich hab hier einen Hammer. Ich nehm jetzt mal den Hammer. Mit dem kann ich doch bestimmt... Was ist das hier? Oh, hier kommt man hier ran. Krieg ich das auf? Mit dem Hammer? Nein, ich brauch hier verwirklichen Schlüssel. Aber wofür brauch ich den Hammer? Hier ist das... Hier ist ein rotes Schloss. Das ist ein blaues Schloss. Ähm... Das ist Ben! Oh Gott! Gut, Ben verfolgt den anderen doch nicht. Okay. Klar, Ben. Alles klar, Ben. Das merke ich mir. Das merke ich mir fürs nächste Mal, Ben. Sie hat den schwarzen Schlüssel. Ich weiß aber nicht, wofür man den brauchen könnte. Ich nehm jetzt mal diesen braunen Schlüssel. Aber wofür braucht man den braunen Schlüssel? Oh Gott, Ben! Geh weg! Okay, Ben kann hier nicht runtersprengen. Das find ich gut. Hierfür kann ich den auch nicht gebrauchen. Das geht auch nicht. Ja, okay, Ben. Okay, ich bin hier drin sicher. Ich muss jetzt kurz mal ausruhen. Wie komme ich an die ganzen Schlüsselrand? Ich hab's verstanden, Ben. Okay, Ben ist da oben. Sie hat den schwarzen Schlüssel. Okay, Ben kommt da lang. Warte, da ist das... Okay, okay, okay. Da ist das Ding. Und da oben ist der Schlüssel für das Ding. Aber wir haben nur noch zwei Minuten und ich hab gerade mal das erste Schlüssel... Ding... Rätsel gefunden. Nein, der Schlüssel liegt hier nicht mehr. Ich hab hier den Hammer hingelegt. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der... Wo ist dieser Schl... Hammer! Hammer funktioniert! Aber ich hab doch diesen... diesen beigen Schlüssel schon mal gefunden. Wo liegt der jetzt? Leute! Ben, lass mich in Ruhe. No. Danke, dass du no gesagt hast. Ja, okay, Ben. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Das Blöde ist, Ben ist jetzt da oben und da oben muss ich hin. Ja. Oh, hier ist der blaue Schlüssel. Okay. Wir haben den blauen Schlüssel. Oh Gott, Ben hat mich gesehen. Aber Ben hat mich in Ruhe gelassen. Ehren, Ben. Okay, ich warte ein bisschen ab und jetzt geh ich in das blaue Tor. Oh mein Gott. Nein, dafür brauch ich einen lila Schlüssel! Ohohoho. Zum Glück läuft der immer dieselben Routen. Okay, 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 okay. Okay. Hier brauch ich einen gelben und eine Wrench. Hier ist ein brauner Schlüssel. Die bringen mir aber auch nichts. Oder? Braun dasselbe wie beige. Ich glaub nicht, aber... Nein, es ist auch nicht dasselbe wie beige. Öh. Okay, okay. Es ist aber easy, vor Ben wegzurennen. Ben hat wenig Chancen gegen einen. Er läuft zwar ungefähr so schnell wie ich, aber es gibt viele Sachen, Stellen, wo man abkürzen kann. Auch einen gelben Schlüssel oder irgendwas. Okay, den Hammer brauch ich nicht mehr. Nein, lauf hier doch nicht rein. Du lockst Ben hierher. Oh, die Runde ist vorbei. Okay, die Runde ist eh vorbei. Wir haben es nicht geschafft. Ich fand das gerade richtig interessant. Aber jetzt können wir ja... Wo ich weiß, wie es aussieht, es gibt bisher auch nur eine Map. Aber scheinbar gibt es dann bald auch mehrere Maps. Und das ist eigentlich ganz cool, so ein Spielmodus. Das würde ich gerne auch mal mit anderen Leuten zusammenspielen. Ich habe vorher überlegt, ob ich Louis frage. Dann ist Louis aber schlafen gegangen. Naja. So, jetzt noch zwei Sekunden und dann geht es los. Und es gibt sogar eine coole Kamerafahrt. Das Telefon klingelt. Da ist Ben. Ben sagt Ben. Und es geht los. Okay. Wo ist Ben? Irgendwas Schreckliches ist zu Ben passiert. Ja, das Telefon hat geklingelt. Oh, lol. Da ist Ben. Warte, die Tür muss man aufschließen mit dem braunen Schloss. Gut zu wissen. Also man spielt eigentlich als Team zusammen. Und da unten lag gerade... Im Augenblick, ist Ben hier? Nee. Was steht da unten? Ben, are you okay? Du benimmst dich in letzter Zeit sehr komisch, hat Tom gesagt. Nein, ich komme nicht durch. Oh Gott. Ah, Ben, lass mich in Ruhe. Oh, jemand hat die Tür da schon offen. Ehre, Ehre. Wo ist Ben jetzt? Ich weiß nicht. Ah, Ben kommt jetzt dort runter. Okay. Und er geht nach links. Dann kann ich jetzt von hinten kommen. Hä, wo ist er denn lang gegangen? No. Oh Gott, wenn wir die Türen öffnen, kann Ben uns hinterher. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir wirklich merken. Okay. Hier ist ein schwarzer Schlüssel. Wofür könnte man den schwarzen Schlüssel brauchen? Hierfür schon mal nicht. Und die sitzt einfach schon da unten. Hier ist ein richtiger Profi am Werk. Ich habe einen blauen Schlüssel. Und ich habe den Taser. Ich taser Ben. Ich taser Ben. Oh. Okay, ich muss den Taser erstmal laden auf der Fusebox. Ben, warte einen Augenblick. Ich will Ben einmal tasern. Ben? Ben? Ja, Ben. Okay, Ben. Ah, wir haben die die Garage aufgemacht. Wir spielen hier mit dem Profi zusammen. Na gut. Na gut, Ben. Okay. Aha, haha. Oh Gott, Hackvogel ist tot. Oh oh. Ben tötet Leute, Leute. Oh, danke. Zum Glück sind die anderen so gut. Hier ist der rote Schlüssel. Ben? Ja, Ben. Okay, er hat den roten Schlüssel. Ich beschütze dich, Bro. Ich beschütze dich. Aha, okay. Lass einfach mal hier reingehen. Sind wir hoffentlich kurzzeitig sicher vor Ben? Ben kommt. Okay, jetzt kommt Ben. Wir müssen runter. Und jetzt müssen wir hoch. Jetzt müssen wir unbedingt hoch. Ich hoffe, mein Homie hat noch den roten Schlüssel. Okay, Ben wartet. Die da unten macht. Okay, wir müssen warten. Wir müssen einen Lock für den Purple Key finden. Das da ist doch für den Purple... Oh Gott, ich bin runtergesprungen. Okay, Ben kommt. Ben kommt. Ben kommt sowas von zu mir. Ich bin der Letzte, oder? Ich sehe niemanden mehr. Hat Ben alle neben mir getötet? Aber wo ist... Wo ist jetzt der Schlüssel? Okay, ganz sicher. Okay. Bruder. Bruder, da draußen ist Ben. Oh Gott, da ist Ben. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh Gott, war das gerade anstrengend. Oh ho ho. Ich liebe Ben. Hier ist der blaue Schlüssel. Brauchen wir den für irgendwas? Oh oh. Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Ich wusste nicht, wo das hinführt. Geh jetzt hier raus? Oh oh, jemand ist gestorben. Lass mich in Ruhe, Ben. Lass... Doch! Lass mich in Ruhe. Ich hab da nichts getan. Du hast den gelben Schlüssel, immer noch. Aber wo ist der Schlüssel, den wir brauchen? Wo ist der? Ich kenn den erstes Rätsels nicht. Ich glaub, ich bin einfach sehr blind. Oder? Oh ho ho. Oh, hier brauch ich eine Wrench für... Aber wie soll ich an eine Wrench kommen? Und der Hammer, wo ist der Hammer? Oh ho ho. Okay, hier ist nichts drin. Nein, ich steck fest. Nein, ich steck fest. Oh ho ho. Hier noch was? Hier ist so ein Schlüssel. Das ist die Wrench. Ruhe. Ah, oh Gott. Ich hab dir nichts getan. Ich hab dir nie was getan. Wir brauchen noch den Hammer. Wir brauchen noch den Hammer. Wir brauchen nur noch den Hammer. Da unten ist der Hammer. Wir haben alles. Wir haben alles. Ich hab den letzten Schlüssel. Und da unten ist der Hammer. Komm doch hoch, wenn du dich traust, Ben. Ich warte hier. Ich warte hier. Trau dich. Okay. 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 Das könnte was werden. Hat er den Hammer mitgenommen? Er hat den Hammer mitgenommen. Warum hat er den Hammer mitgenommen? Wo hat er ihn hingenommen? Da ist der Hammer. Okay. 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 Kann ich irgendwo sehen, wie viele noch leben? Bin ich der Letzte? Okay, Leute. Ich versuch's jetzt. Ich hab den Hammer. Ich hab es. Ich hab's geschafft. Oh, war das anstrengend. Oh mein Gott. Der andere Spieler hat mich gerade so gerettet, als er reingejoint ist. Let's check to Tom. Wir haben's geschafft. GG, Leute. Wir haben es geschafft. Wir beide haben zur Wife erst gerade neu reingejoint. Und hat mir so das Leben gerettet. Oh mein Gott. Aber ich würd sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.